Dann hört man häufig das Argument, naja, es wird ja nicht so stark verfolgt und das macht ja eh jeder, dann kann man es auch gleich erlauben. Da muss ich immer sagen, das ist so ein bisschen wie mit dem kleinen Ladendiebstahl, da würde man ja auch nicht sagen, okay, Kaugummisklauen ist erlaubt, das ist auch kein gutes Argument. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr schon richtig seht, geht es heute um einen der jüngsten Abgeordneten im Bundestag, der jedoch geistig zu den Ältesten gehört. Ja, ich spreche also von Philipp Amthor, der sich nun erneut zu dem Thema der Legalisierung geäußert hat und von dem wir letztes Jahr noch sowas wie dieses hier hören mussten. Aber zumindest sagen uns ja die Fachleute, dass es als Einstiegsdroge zu kategorisieren ist. So, ich... Puh, das passiert, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch aus dem letzten Jahrhundert stammen. Obwohl, damals hat man auch schon gar nicht mehr daran geglaubt und dann gab es auch noch sowas wie dieses hier. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Da konnte sich wohl jemand nochmal rausreden. Doch bevor wir in die neuen Aussagen reinschauen, möchte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir bei 70% noch nicht abonniert haben. Falls ihr also in der Zukunft solche Fehltritte nicht verpassen wollt, würde ich mich jedenfalls über ein Abo sehr freuen. Aber nun schauen wir auch schon in die ersten neuen Aussagen von Philipp Amthor rein, der im Interview mit Marvin Neumann nochmal das ein oder andere zur Legalisierung zu sagen hatte. Was hältst du denn eigentlich vom Verbot von Cannabis? Wäre eine Legalisierung gerade jetzt oder zur jetzigen Situation nicht gut, da es erhebliche Steuern in die Staatskassen spülen würde und die Ausgaben für Verfolgung gespart werden würden? Ja, also wundert mich natürlich nicht, dass das jetzt als Thema kommt. Ich weiß, das ist ja gerade in YouTube-Formaten immer heiß diskutiert. Ich will dazu jetzt offen sagen, ich hab das mal so scherzhaft in einem anderen Format gesagt. Ich hab gesagt, das ist jetzt nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man mal einen Joint raucht. Dennoch bin ich jetzt nicht der vorderste Vorkämpfer einer Legalisierung von Cannabis. Im Übrigen glaube ich das Argument sozusagen der Steuereinnahmen, da bin ich sozusagen als Liberaler dann doch eher skeptisch, weil die Steuern, die haben die Funktion, den Staat zu finanzieren und nicht unbedingt sozusagen die Funktion jetzt nur zu sagen, man erzielt jetzt irgendwelche Erträge aus diesem oder jem. Also das ist jetzt vielleicht nicht das Argument für Cannabis-Legalisierung. Puh, also das sieht die USA mit einem stetig wachsenden legalen Milliardenmarkt sicher anders. So wie auch diese Studie hier aus Deutschland, nach der man auch hierzulande Einnahmen in Milliardenhöhe machen könnte, die dann auch wiederum in dieser schweren Zeit an Leute gehen könnten, die momentan Existenz extra haben müssen. Wie Philipp Amthor das also nicht als Argument sieht, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Aber schauen wir doch mal in die nächsten Aussagen rein. Dann hört man häufig das Argument, naja, es wird ja nicht so stark verfolgt, deswegen, und das macht ja eh jeder, dann kann man es auch gleich erlauben. Da muss ich immer sagen, das ist so ein bisschen wie mit dem kleinen Ladendiebstahl, da würde man ja auch nicht sagen, okay, Kaugummisklauen ist erlaubt, also das ist auch kein gutes Argument. Und da ist er wieder, der ewige Vergleich mit Äpfel und Böhren. Das Ladendiebstahl, der sich fremdschädigend auswirkt, nicht mit dem Konsum von Cannabis zu vergleichen ist, bei dem man nur sich selber schaden kann, sollte doch eigentlich jedem klar sein. Aber ehrlich gesagt gibt es da auch noch schlimmere Vergleiche aus den Reihen der CDU, wie zum Beispiel diesen hier. Jetzt kann man sagen, ja, es halten sich ja nicht alle an die Gesetze, da kann man sie ja abschaffen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der gleichen Logik könnte man jetzt fragen, wieso muss man eigentlich in der Stadt 50 kmh fahren? Es gibt ja so viele Menschen, die fahren nicht 50 kmh, sondern schneller. Das ist doch eine vollkommen schizophrene Logik, dann zu sagen, deswegen muss man das Gesetz abschaffen. Ein Staat muss klare Regeln aufstellen, er muss sich an Gesetze, er muss Gesetze aufstellen, damit sich die Leute dran halten. Ja, dagegen war der Vergleich von Philipp Amthor noch gar nichts. Aber machen wir dann mal mit den nächsten Aussagen weiter, die dann wiederum liberaler klingen. Was eventuell auch daran liegen könnte, dass die Grünen immer näher rücken und auch eventuell eine Koalition eingegangen werden muss, falls es für die Bundestagswahl nicht rechnen sollte. Aber in der Tat gibt es ja ein paar wissenschaftliche Argumente, über die man auch reden kann. Und deswegen sage ich, man muss sich das alles auf der Basis von Wissenschaft und Fakten angucken. Und ich bin da jetzt nicht der dogmatischste Gegner einer Cannabis-Legalisierung, aber auch nicht ihr größter Vorkämpfer. Aber mal angenommen, es würde jetzt einen CDU-Vorschlag auf den Tisch legen, also der wirklich von der CDU oder der CSU auch ausgearbeitet wurde. Dafür oder dagegen? Also wo du auch wirklich sagen würdest, das sind jetzt valide Punkte von unserer Partei. Wie würdest du am Ende abstimmen? Würdest du mit einem Ja-Legalisierung oder ja-Nein abstimmen? Also es kommt wirklich, und da sagst du richtig, so ist das in der Politik eben auf das Gesamtpaket und auf die Abwägungsfaktoren an. Ich glaube, es kann Konstellationen geben, in denen das geht. Da muss man aber einige klare Kompromisse machen. Weil wichtig ist natürlich, dass wir dadurch, und ich bin ja auch Innenpolitiker, da ist man für die innere Sicherheit zuständig, dass wir nicht noch sozusagen jetzt Alternativkonstellationen dann bekommen, dass man sagt, diejenigen, die jetzt Cannabis verkaufen, schwarz, die verkaufen dann irgendwie härtere Drogen, da müssen wir schon gucken, dass man das in den Griff bekommt. Und wir müssen dann wirklich gucken, dass es unter, ich sag mal, wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Gründen plausibilisierbar ist. Und wenn das alles gewährleistet ist, dann sag ich jetzt nicht, ich stelle mich jetzt hier nicht in die Sendung und sage, das wird so nie im Leben kommen, sondern ich sehe das pragmatisch und dann kommt es auf den Gesamtvorschlag an. Und ich glaube, da wird es auch Konstellationen geben, in denen man darüber dann redet. Da wie die medizinischen und wissenschaftlichen Kenntnisse von Philipp Amthor aussehen, wissen wir ja auch schon aus den Aussagen aus dem letzten Jahr, wo er noch behauptet hat, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei, was halt schon seit mehreren Jahrzehnten widerlegt ist. Auf welchen Stand er nun ist, kann man aber nur mutmaßen. Weiter geht es dann jedenfalls mit Aussagen über den wachsenden Druck auf ihn, der vor allem von Schülern oder von YouTubern wie mir kommt. Das muss man wie bei vielen Themen, natürlich ist emotionalisiert, ist klar. Mich fragt jede Schülergruppe, die ich zu Besuch habe hier im Deutschen Bundestag aus dem Wahlkreis, da ist natürlich Cannabis-Legalisierung ganz weit oben als Thema. Und insoweit sehe ich auch, dass es da gesellschaftlichen Druck gibt, das zu diskutieren. Es betrifft ja auch nicht nur junge Menschen. Also es betrifft ja auch durchaus ältere Menschen, auch Menschen mit Krankheit oder bei denen das, es ist ja medizinisch ja schon in gewissen Maßnahmen. Das ist ja auch die Möglichkeit mit der medizinischen Nutzung. Und ansonsten ist es glaube ich aber schon so, dass es sozusagen bei Schülergruppen und in YouTube-Formaten jetzt intensiver diskutiert wird als irgendwie in anderen Formaten. Aber es ist auch gar nicht schlimm, weil am Ende gehört das auch dazu. Und insoweit nehme ich das auch jetzt nochmal aus der Community mit als Appell. Ja, da hat er wohl recht. Also hier auf YouTube werden wir uns seine Aussagen auf jeden Fall auch in der Zukunft ansehen. Und auch die jüngere Bevölkerung schläft nicht. Aber ob es in der Zukunft noch Gespräche innerhalb der CDU geben wird, werden wir dann in der Zukunft noch sehen. Zum Ende hin gibt es dann jetzt nochmal eine Aussage über seinen Skandal, den er wie er sagt zutiefst bereut. Auch wenn er natürlich nichts falsch gemacht hat. Also zumindest rein rechtlich gesehen. Aber ob es moralisch auch so ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass solche Debatten natürlich Vertrauen kosten. Und das ärgert mich auch. Das sage ich in voller Ernsthaftigkeit. Das ärgert mich total. Genauso wie wir darüber gesprochen haben, dass ich mich natürlich freue, wenn die Leute meine Reden auf YouTube verfolgen, inhaltlich nachfragen. Dann ärgere ich mich natürlich darüber, dass sozusagen durch diese Melange jetzt dann manches Mal Inhalt in den Hintergrund rückt und anderes in den Vordergrund. Und insoweit sage ich da auch ganz klar, das habe ich immer gesagt, nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch politisch klug. Und ich habe da auch Fehler gemacht, ganz klar. Ja, und das waren dann auch schon die letzten Aussagen für dieses Video. Was ihr von den Aussagen von Philipp Amthor haltet, könnt ihr mich jedenfalls wie immer in Kommentarform wissen lassen. Sowie mir auch Themenvorschläge auf Instagram schicken, wo ihr mich einfach am besten erreichen könnt. Und zum Ende hin möchte ich mich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also das ist sicher nicht selbstverständlich. Und ihrreibt mit den Kommentaren die Videos wirklich nach oben. Also vielen Dank nochmal dafür und den ganzen Support. Falls ihr Lust habt, könnt ihr ja noch in die Videos schauen, die ihr noch nicht gesehen habt. Also mich würde es jedenfalls freuen. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.